Wenn man sich wenigstens auch noch die Hinweise ansehen könnte. Der Zelle bist du? WTF? Das existiert einfach. Ja, klar. Drei Kreise. Nummer eins. So. Da ist ein Leben. Das hätte ich gerne. Graben kann ich noch gar nicht. Razor plant. Okay, was? Wieder ein hoher Ort. Moment, muss ich wieder zurück? Ja, es ist ganz irgendwo hier. Der Ersatz ergibt keinen Sinn. Oh. Turtles Tunnel, lass. WTF? Ich glaube, ich muss wieder auf das and... zum anderen denken, ne? Das war ein Iron-Gun. Das war ein Iron-Gun. Ah, komm! Komm ich jetzt doch irgendwie an das Leben da drüben dran? Nee, ich glaub nicht, ne? Es ist auf jeden Fall da drüben irgendwo. Da ich noch nicht graden kann. Ach, hier kann ich schwimmen. Das ist gut zu wissen. Es muss sich nahe sein. Ja. Da. Da. Nimm's. Ich habe es. Ich bin schade, mich ein Hunter zu nennen. Hast schon recht. Also ich habe ja absolut nichts gegen Rouge, aber ich finde sie auch einfach nur unnötig. Sie fügt eigentlich nichts hinzu. Der einzige Grund, warum sie existiert... Der einzige Grund, warum sie existiert, ist, wenn man noch ein Gegenstück zu Knuckles brauchte für die Dark Story. Das Ding hört nicht auf, sich zu drehen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Die Hand. Die Hand ist auf, sich auf. Tja, Tja, Tja Kamera? Okay. Ah, jetzt. Ah, ich dachte schon, das sei ein Upgrade, aber nö. Wäre ja zu schön. Ah, ich dachte schon. Ah, ich dachte, dass da drüben noch was ist, aber ganz ehrlich, nö. Oh, Gott. Was, passiert irgendwas, wenn ich alle zerstöre? Oh, Gott. Baja, klar. Ja, okay, ich helfe mich vor. Komm. Das sieht nach Ende aus. Ja, okay, ich helfe mich. Ja, okay, ich helfe mich. Darf ich jetzt bitte wieder als Shadow spielen? Wieso ist es so schwer, in deine Basis reinzukommen? Ja, okay, ich helfe mich. Ich helfe mich für ein wichtiges Newsflash. Es hat ein Break-In in der Federal Reserve Bank heute. Mysteriously, die nur etwas, was die Chaos Emerald... ...kir 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 Maria! Was? Shadow, ich bitte Sie, bitte, für mich. Maria? Für alle Menschen auf dieser Planeten. Sayonara, Shadow, die Hedgehog. Ich habe immer noch was, was ich versprochen habe. Für die Menschen auf dieser Planeten, ich versprochen habe. Revenge! Die Reporterin gerade bitte für einen seltsamen Akzent. Also die Aussprache, ganz ehrlich, das war schrecklich. Bingo, bitte! Dankeschön.